Das können wir alle. Wir alle haben eine Erfahrung vom Nichts. Ja, zum Beispiel wenn in der Kiste nichts ist, ist nichts in der Kiste. Ja, eigentlich hat so x-beliebige Beispiele im Nichts. Ja, klar, klar, klar. Ist halt eher eine Floskel, als den wirklichen Begriff zu umschreiben. Ja. Ja, aber jetzt kann man doch was lernen. Ja. Ja, die stirbt doch, Alter. Stirbt nicht. Nee, da war mein... Ding ist leider etwas zu spät. Ich weiß noch nicht, ob ich Fan davon bin, dass er hier die Trance genommen hat, weil wir da echt gerade fucking gut immer wieder drin stehen. Nobody goes on the butt lane, I will go. Und kill all the Pikas in the butt lane. Ach komm ey, da stand ich doch niemals drin. Ich komm mal zu dir runter, irgendwie hier. Er soll dem nochmal helfen. Wo ist der hin? Lasst uns ein paar Söldner rekrutieren. Okay, der geht nach oben. Ich kümmere mich darum. Auf die mid lane. Ich benötige Beistand. Dann gehen wir auf die mid lane. Und das ist neutral. Der geht nach oben. WELTEINTAL. Welteintal. wir müssen den samen blocken ich würde es nur ungern sehen wenn ihr nicht die ersten seite die ernte einfahren noch kaputt diese schweiße einfach voll in die backlane rein kein mana Das hast du jetzt nicht aufgenommen, oder? Doch. Hast du mich auch genommen? Ich weiß. Da muss ich so einen Flipper-Delfin drüber machen, so ein Wir kämpfen nicht allein. Komm mal her, lass mal das Camp machen. Du warst ja grad schon hier. Ach ihr klaut da die Camps, ok. Dann mach ich das hier mit meinen Käfer, Homies. Seid auf der Hut, hier ist es nicht. Ich werde euch das, Männer will dein Talent. Das letzte Spiel gewonnen oder verloren? warum meinst du daran ablesen zu können ob jetzt wieder gewinnen oder verliert ich nehme an ihr wisst was jetzt auf dem punkt stehen zu euch hier ist es nicht sicher die zeit ist gekommen tut was getan werden muss vorsicht krieger wie ihr befehlt millimeter zu kurz kein maler mehr was hier los und so party ohne mann immer schlecht bewegungsunfähig machen und alles noch kommt sorry leute ich muss einmal weg holt euch mal das kleine camp und da unten sollte einer verteidigen holt euch mal das camp ich gehe in die mittel macht euch bereit und dann formieren wir uns gleich neu ihre tat kennt noch genau kraft 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 ist schön dass wir da in der Mitte brawlen aber wir haben das Objektiv da nicht verloren das Problem ist halt solange wir alle in der Dings drinstehen in der Sonja drinstehen kriegen wir die auch nicht tot eine neue Saat schickt sich an zu keimen ja 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 die natur nicht schön bitte sammelt diese ihr habt euch an euren feind mich wieder kämpft mit dem zorn eines templars blutrausch die sonja nehme ich jetzt einfach immer mit meinem webding raus diese scheißkugel wie heißt sie nochmal sonja genau die zeit ist gekonnt was kommt die das schon wieder weg hast du eigentlich deutschland nicht deutsch sehr gut eine strebe haben englisch die sind schon fucking sonja da kaputt ja sie ist kaputt aber egal wir haben kaputt gemacht ich wollte gerade sagen wir haben zwei kaputt aber wir müssen aufpassen da müsste jemand hin natürlich genau dann wenn ich da reingehe das war nicht teil des plans es gibt nicht ich drück mir gerade so ein klicker kram zurecht ne wird einfach nicht wir verlieren gerade so viele force ne wollt ihr sie damit scheiß map ist halt so heftig bei sowas die morgen dämmerung ist gekommen helden und mit ihr eine kurze atempause eben so ein kackes ding macht aber mittlerweile einfach so viel damage die kackkugel wieder ne sind camp da ist nicht gut für euch aus sie dafür leiden ja bitte darum ja labt euch an euren feinden ja diese wollen wir so viele strahlen hast du ja dies auch ziemlich gut mhm ein bisschen voll am strahlen oder was wie so ein atomkraftwerk äh das ist die falsche farbe für ein atomkraftwerk kommt auf den skin drauf an vielleicht gibt es die auch mit dem grünen skin ja hier 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 ich hab den ihr solltet euch besser darauf vorbereiten eine neue saad einzusammeln helden naaach schade ja du hast bis einmal kurz vor dem runter ja ich hab wenn mein bildschirm war so kacke ja 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 ich will die alte ich kriege sie nicht gestern ja sauber ja sauber gut gemacht von mischa ich habe die kugel aufgehalten mehr als nur gut die wirklich da unten drücken ja hier oben richtig brücken jetzt hier noch viel leben ich würde sagen wir müssen gleich nach unten den spaß dieses hässliche pflichter sehr schön ich habe so ausgebildet aber ich muss so eine schande aber auch meine wunderschönen ungeheuer sind wir nicht so verkehrt voll dran vorbeigeschlittert okay ich würde sagen mit mischa kriegt ihr den da auch ganz gut plott ich verzehre die neue gegner haben ein vor eine saat wurde gepflanzt wird schneller aufgehen als ihr denkt damit aber ich komme weg ich konnte phoenix leider nicht retten das gut gemacht der stilte schild vernichtet für den frost oh ne moment ne moment doch doch die saat aber das ist kein grund sich zu beharten oder ja was heißt dumm war es nicht ne ich stand ja hinter der mauer also mich hat sie ehrlich gesehen aber einmal nur gucken wir haben getan was getan werden musste leben die kugel weg meine kleine saat steht kurz davor aufzugehen die hüte richtig einzusammeln nicht freuten oder holen den sieg über die sahen oder oder wenn ich das wie ich habe jetzt einfach hier drin das geht das so ja auch 20 wenn ich in der nähe stehen bleibe geht der immer wieder hoch das ist voll heftig deswegen mache ich doch meistens immer zum schluss wenn wir auf den chor hauen dann packe ich den letzten einfach da rein und bleibt neben dem stehen ich eile euch zu hilfe er sperrt sich mit mir hier ein ich muss mich zurück ich muss mich zurück Ich gehe zu den anderen, holt mal hier das Camp. Ich benötige Beistand. Du läufst da gefährlich. Nur mal gegen. Ich wollte was sagen, ich kann da auch einmal durch die Wand. Hör mir die Saat auf, bevor es euer Feind tut. Dammit! Ich wollte da gerade noch rauslaufen. Ah. Gut gemacht! Erfreut euch an der Stärke meiner Ungeheuer! Entweder... Ich wollte sagen, entweder soll der nach oben, der macht ja nicht viel. Wer macht nicht viel? Der Dingens. In der Mitte? Ja, geh nach oben. Die rotieren gleich zur Mitte. Wobei der hält die da unten recht gut auf, aber... Kann auch sein, als er vielleicht zu dir hochrotieren, aber... Gute einfach. Na ja, das Gute ist, dass die jetzt von unten bis nach oben laufen mussten, weil ich kam in der Mitte auch noch mal ein bisschen Value. Gehe ich zu Phoenix. Meine Ungeheuer sind gefallen und die Sonne geht erneut ab. Also, Hushush, zurück in den Kampf. Wir müssen wieder zusammenbringen tun. Mhm. Vorsicht Krieger! Ein maler Sieg für die Geisel! Was heißt das, was? Was ist da? Zurückgelassen? Hä, ganz an jeder. Lieber raus. Na ja, ich... Hast du gut gemacht. War aber... Handy-Aktion. Dann gehen die dann... Oh, jetzt können wir mich auch kaputt machen. Ich hab dir einmal geschubst. Nein, nein, nein. Ich glaube, Phoenix hatte mit 1 HP... Ja, du wirst richtig geschubst, ey. Jetzt machen wir die Klappen, die Wettenschwixer, ne? Ich wollte nur noch mal gucken. Einmal ein bisschen poken. Was ist das für ein Likes von hier? Weiß ich auch nicht. Ich hab mal den Healer gesetzt. Oh. Wenn du mein Vater mal geht, eine neue Saat aufhalten. Es ist nicht mehr... Sie werden nicht nur sich wackeln. Doppelkills! Ich wollte irgendwie die Party zu früh verlassen. Dann machen wir mal hier die ganze Erfahrung ein. Nichts hier schaden machen gehen. Wo ich jetzt viele Action aufkriege. Da ist meine geliebte Saat. Wolltet ihr so lieb sein und sie einsammeln? Ach komm, wenn der Healer tankt, dann nehm ich die mal ein. Wer stirbt nicht? Voll reingesprungen. Verkehrte Welt. Waddu ist voll reingesprungen oder wird? In die Kugel? Äh, die Kugel hittet anders, ne? Die Frage ist halt, okay die haben ihr Camp geholt. Die brauchen wir doch nicht fräsen. Doch. Wird ihr denkt? Ist geld. Das ist 4, ne? Wir kämpfen nicht an. Wir kämpfen nicht an. Wir kämpfen nicht an. Wir kämpfen nicht an. Das ist eine Scheißzaart. Gefahr lauert in der Nähe. Gefahr lauert in der Nähe. Ach, gefahr lauert in der Nähe. Das ist eine Scheißzaart auch abgegeben. Okay, ich bin gleich da, aber macht kein Whisky Schin hier. Ne 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 ne. Da ist meine geliebte Saat, wo du geliebt, sollen sie einsammeln? Fällt mir irgendwie nicht. Ich weiß auch noch nicht, was ich davon halten soll. Ah, sauber. Was, gehst du da rein? Wolltest du doch mal poken, oder was? Gib ab. Naja, weil das ist ja mal einer vor uns. Eine Saat kann man abgeben. Okay, hier kriegen wir die. Ich hab gedrückt. Chase nicht zu doll. Zweifelt nicht an euch. Widersetzt euch nicht. So, Felix kommt. Eine neue Saat schickt sich an zu keimen. Lasst uns ein paar Söldner rekrutieren. Schnell, steht mir bei. Und so erobern wir. Okay, ich muss diese Kack Sonja kriegen, ne? Eine Saat ist aufgegangen. Aber das ist kein Grund, sich zu beharten. Oder? Ah, shit, man. Wo auch immer der Damage herkam. Zwei sind von den, äh, zwei. Geht ja auch noch, oder? Na, ich wollt grad sagen. Ihr seid einer mehr. Aber die Sonja ist das Problem. Ihr müsst die Sonja wegbürsten. Ähm. Jetzt. Yes. Und ihr dürft nicht so richtig voreinander stehen. Wir kämpfen vereint. Dieser Held muss sterben. Bist du lange brauchst du noch? Geht's gleich da, ne? Mhm. Leute, das, das bringt nix. So, ich wollt grad sagen, wenn die jetzt weg ist. Ja, die ist so... Weiß ich auch nicht warum, diese Hektik. Ja, die ist halt... Ich weiß auch nicht. Manchmal... Der Heal ist halt so krass, ne? Na gut, ein bisschen... Okay, dann geh ich doch nochmal zurück, Deffen. Das sind nämlich zwei Katapult, obwohl er ist schon da. Okay. Warum auch immer unten so viele Katapulte aufgelaufen sind. Okay, also wir könnten versuchen dahin. Im Moment ist Sonja nicht da. So soll es sein. So soll es sein. Lasst uns ein paar Söldner dabei. Ihr solltet euch besser darauf vorbereiten, eine neue Sand einzusammeln. Oh, ich... Warum? Ich hab gedacht, ihr kommt mit. Äh, waren wir nicht da? Ja, weiß ich nicht. Ich stand oft mal auf dem Punkt komplett alleine. Oh, ich fresse auch am Anfang so viel Damage, ne? Diese Saat ist jetzt reif zur Ernte. Ich empfehle euch nicht länger zu warten. Und das ist halt die... Bei die... Baller. Okay, bei Lili Salarek. Aber die Baller ist auch elfmal gestorben. Und jetzt auf Auto-Attack-Bild, ne? Aber... Bleibt wachsam! Ah, ne. Knapp am Rand. Na, ihr müsst hier auf die aufpassen, die muss. Sie belagern unsere Zitadelle. Die muss weggeburstet werden. Zweitens los! Ich werde euch zerschmettern! Haben wir den gekriegt, oder die? Ja, moin. Gut gemacht, ist gut. Ihr habt versagt! Ich brauche viel Unterstützung. Ja, wir kommen. Äh, die haben was zu bekommen. Aber jetzt sieht's dir gut aus, Hauke. Bald Sonja tot ist ein Feind, hoffentlich. Kommt gut rein. Ich muss sie halt nur wirklich in den Kack-Web-Ding kriegen, ne? Aber ich schaffe es nicht immer. Ich verklipp mich immer zwischendurch. Oder denk mir dann halt, wenn der Healer seine Ult zündet, nimmst du besser den Healer. Also... Ah, eine Saat geht auf! Alter, ich bin wie ein krasses Aufbau, ey, ohne Scheiß. Von Lebenspunkten her. Mhm. So eine mega Aufwaffung. So eine mega Aufwaffung. Okay, also ich versuche jetzt hier zu bleiben, weil die müssten hier sein. Ansonsten, wenn ich hier natürlich Arcane Kugel und der eine alles drauf haue, finde ich zwei Instantoten. Das zwei. Die Zeit ist gekommen. Tod, was getan werden muss. Da kriegen wir was. Ja, natürlich muss er Kugel machen. Na, aber... Alles gut. Ich muss besch rooftop sein. Doch, weiter Quar! Entschuldigung. Mit stolz auf diese Lösen kommen wir oder aus. Ich bin beeindruckt. Wein sins, wenn sie nicht alarmieren sind. Ob die kostenlos sind, wo sie� Barnes ja Caitlin Sanz hat gereikt wird schossen. so vielleicht jetzt ende machen macht euch auf den weg meine ungeheuer das ist eigentlich so level 27 das ist schon ziemlich stark sein probleme zeigt die alte darf sich da nicht immer wirbeln weil die kriegt jedes mal mit ihrem wieder neu hp ne schön wii p schwitzer game ein schwitzer game er ist so zwischendurch du hast es gemerkt wenn der rexer hingegangen ist und die sonja halt wirklich gestand hat dann war das doch deutlich einfacher ich bin irgendwie nicht immer an die herangekommen haben wir ein bisschen mit meinen klicks ich bin dumm angestellt hat mehr schaden als ich hab ich ja das stimmt sogar mehr schaden als rexer ja gut aber das ist auch ich war da auch so krass immer drin und wie weit seid ihr gewonnen gewonnen sogar gute also realms muss ehrlich sagen healer war gut aber die gegnerische sonja war stark aber die war heftig